Und herzlich willkommen zu Kingdoms of Amalur mit dem alten Mann von den Schlaftabletten und ich sollte mal schlafen gehen, glaube ich, hier mit der Figur. Immer nachts rumlaufen, Tag und Nacht ohne Pause, das muss doch schlaugen. Der guckt auch schon ganz krumplig. Oh, aber meine Uniform passt so ziemlich gut zusammen. Wie habe ich das denn gemacht? Halt! Rüstung! Azurit. Stülpen der Feuermnis. Ich habe nämlich gesehen, bei einigen ist das so, wenn man alles zusammen hat, bekommt man noch Bonuspunkte. Ob ich das jemals schaffe, weiß ich nicht. Aber irgendwie sieht das alles ein bisschen passig aus, ne? Na gut. Wir wollten in die... Äh... Wie heißt das Ding? Kilmgard? Guck mal, ich kann... Helmgard fest. Hilm. Warum komme ich auf Hilm? Das ist auch nicht die Hauptstory. Aber ist jetzt auch egal. Bin ich besser gewappnet. Der hat ja einen dicken Hammer. Den habe ich ja auch. Oh. Schloss und Schlüssel mit Grine... Chain rechnen. Abrechnen. Reden. Wo ist denn der Grine? Oh, ich sehe hier was anderes. Guckt einer? Guckt einer? Guckt einer? Ich räume nur auf. Ich bin ordnungsliebend. Ihr seid ja Hunger, leider. Hier ist ja nix. Was ist denn da für ein Beutel? Beutel? Ich will wissen, was in dem Beutel ist. Nein, wir gehen jetzt zu... Grain. Bist du Grain? Ah, ich habe jetzt gar nicht gesehen. Da war mein Popschutz. Ehring. Wir nehmen alle... Alle... Oh, sind das jetzt alle gewesen? Wir nehmen natürlich alle an. So, dann haben wir erstmal Nebenquests. Wieder diverse. Wer bist du denn? Wer bist du? Mit Schild verpflichtet der? Nein? Dann bist du Grian-Grein. Willkommen. Nun, was hat das alles zu bedeuten? Ein Artefakt wurde aus der Schatzkammer gestohlen? Und dann ist es in Lokarane wieder aufgetaucht? Ich verstehe. Ihr solltet mit der Schatzkammer selbst... Ich werde Eidklinge Grün-Anvie entsenden, um sie zu bewachen. Trefft euch dort mit ihr, sobald ihr bereit seid. Die Schatzkammer liegt im südlichen Teil von Talarane, auf dem Weg in die Heide. Wo ist die Schatzkammer? Er hat mir das eben erklärt, aber... Wo ist die alte Schatzkammer? Ich frag mal. Reist nach Süden durch Talarane und sucht dann nach einem kleinen Pass in die Heide. Eidklinge Grün-Anvie wird dort auf euch warten. Okay. Viel Glück. Danke. Warum sagst du das so komisch? Und wer bist du? Wenn ihr uns anheuern wollt, müsst ihr Grian Sheen den Kastellan aufsuchen. Aber nur, wenn es wirklich wichtig ist. Ich bin für die Auftragstafel verantwortlich. Und dafür hier alles nett und sauber zu machen. Ach, deswegen liegen die Kisten hier rum und die Büdel. Aha. Nach der Auftragstafel brauche ich nicht fragen. Da habe ich mich ja schon bedient. Oh. Und hier auch. Wegen der Symmetrie. Raus hier. So. Jetzt gucken wir doch glatt mal bei den Quests nach. Da habe ich doch. Da habe ich doch. Eine Schafan-Kobulden hat einer Pilgerin auf dem Weg in die Ruin von Mulrane ihre Schriftrollen gestohlen. Die Besitzerin lässt sich die Wiederbeschaffung aller Schriftrollen stollen. Etwas kostenbares Glück. Na, ich fange gleich mal hier oben an. Nehme ich mal an. Da. Und dann gucken wir mal auf den Knopf. Meine Fresse. Oh. Das ist etwas. Fight. Fek. Zoom Air. Hm. 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 Was ist das da unten? Schatz kann man inspizieren. Oh. Kacke. Sehen wir das denn wenigstens auf dem normalen Ding? Ja. Ich glaube ich muss hier ein wenig laufen. Aber das soll ja auch gesund sein. Also das Laufen. Ich kann mir da noch Gottes Beistand holen. Und siegen. So. Wieder aufgeladen. Na, ob das richtig ist? Wer ist da? Wer ist da? Was ist das da? Eine blaue Blume. Eine Himmelsblüte. Oh, ich hüpfe da ja auch noch runter. Ja, klar. Hallo, Herr Borka. Lässt du mich in Ruhe? Lässt du mich in... Das kann ich auch. Wenn ihr mich lasst. Oh. Ich hänge... Ich hänge... Was macht der denn hier? Der soll Star kämpfen. Oh, der nervt hier, der Typ. Oh. Schluck. Sag mal. Kriege ich hier endlich mal einen erledigt? Was ist denn hier los heute? Das geht ja gut los. Sag mal. Ja, endlich. Warum? 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 Ach, da hab ich ja die noch. Kamera! Hab ich keine Tränke mehr? Warum nimmt der jetzt keinen Trank? Nein, nehmen wir den hier. So, ich hab auf die Taste gedrückt, auf die Schnellwahl. Azurid, Keitschild, Goldmünzen. Goldmünzen sind gut. Haben die denn da auch was? Ja, da liegt noch was. Huch, warum renne ich dann vorbei? Ich kann's erklären, ich hab auf die Karte geschaut. Vielleicht hätte ich ja doch erst in die Schatzkammer gehen sollen. Also die Gegner sind hier schon stärker. Und man hüpft da auch nicht so rein. Und da ist ein dicker, fetter Troll. Ich werd mal auf die Karte schauen. Was ist das da oben? Ehering finden. Wie weit ist das denn? Oh, weit. Ach, wisst ihr was? Wenn der Ehering finden da in der Nähe ist... ...ein Ehering. Dann machen wir das doch erst mal. Oh, da ist eine Kiste. Oh, da ist noch ein Wagen. Ach so. Apropos Rüstung. Ach ja, ich hab hier ein Schild aufgesammelt. Gleich mal schauen. Obwohl ich die ja nie nehme. Wäre eigentlich passend für die Rüstung. Ah, weiß ich. Waffen. Äh, wo ist denn der? Ach, da ist Fiarell. Hallo, Fiarell. Oh. Au. Er widersteht mir. Was? Untersteh dich. Oh, der hat gesessen. Aber auch bei mir. Au, der hat gesessen. Sei ein guter Troll. Ich hau dir die Schnauze voll. Ja, brav. Goldmünzen. Oh, oh, oh. Äh. 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 Das müsste man noch irgendwie anders machen. Ich spiel ja hier mit Controller. Da geht das, glaube ich, nicht viel besser. Lass mich gern eines Besseren belehren. Von Leuten, die davon mehr Ahnung haben. Was haben wir hier? Handwickel des Elixiers. Ah, jetzt hab ich die wieder genommen. Ach, da war mein Lutfinger zu schnell. So, jetzt gucken wir uns das mal an, was wir hier haben. Rüstung. Azurit-Kürers. Den haben wir gerade an. Handwickel des Elixiers. Tschup. Ja, das sind alles noch so gute Sachen. Halt, ich wollte noch... Accessoires, Konsum- und Gutgegenstände. Da war mein Gammelbeutel. Und mach hin. Ich hab immer noch nicht geguckt, warum ich das machen soll. Die nicht nehmen, aber ich mach's. Das war von Leuten, die das schon drölfzig Mal durchgespielt haben. Die müssen doch einfach... Eigentlich... Ich visiere diese Kiste an. Wo schlägst du hin? Sag mal. Ach, da sind so ne Wichtel. Na, warte. So. Ich brauch noch andere Feinklingen. Ich guck erstmal in die Truhe. Oh, das kennen wir ja. Da stand schwer übrigens, glaub ich. Ich hab keine... Ich hab... Oh. Oh. Das war dann wieder... Leicht. Geöffnet. Hier ist überall nix. Gar nix. Aber hier ist der Ehering. Wo ist denn hier der Ehering? Hier? Nein. Hier soll ich hin. Wer hat den Ring? Hier? Hier wollen sie was verbuddeln. Ach, hier vielleicht? So. Belohnung einfordern. Jetzt müsste ich zurücklaufen. Nehme ich mal an. Das ist die Feste hier, ne? Urlik. Bei Urlik. Ja. Achso, ich hab die Quest ja gar nicht ausgewählt. Dann kann ich das auch nicht sehen. Wir werden aber mal weiterlaufen. Bin ich betrunken? Ich hab doch die Quest ausgewählt. Bin ich blöd? Das war doch dieser Pilgrins. He, he, he. Ich hab doch... Was ist das denn jetzt? Beschaffe Schriftrollen. Eine Scharf an Kuhl. So. Und nun guckt euch mal die Karte... Äh, die Karte an. Äh, ich bin doof. Ich muss... Hier lang? Wo soll ich denn lang laufen? Komm ich dann da überhaupt hin, wo ich... hin muss? Ach, das ist der Zoomraum gegen der Vorne. Ich wollte schon... Das ist alles ganz schön weit. Hier ist aber was Grünes. Was ist das? Speichern. Was ist das denn da? Was ist das denn da? Was ist das? Ach, das ist eine Wurzel. Und warum ist hier so ein Ding? Interessant. Muss ich da lang? Da ist noch eine Quest. Wir verschaffen uns erstmal einen Überblick. Ich bin ja hier... Den unerforschten... Der sitzt da. Da, 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 da. Hast du eine Quest? Nein, du hast keine Quest. Aber du hast Kisten. So, jetzt hab ich hier das Flüchtlingslager entdeckt. Jetzt kann ich hier Schnellreise hin machen. Das ist doch günstig. Weil? Ich könnte denn mal ein bisschen robuste Fein klingen. Große gepanzerte Schnur. Ich könnte denn mal Sachen verkaufen zwischendurch. Ja, bitte. Danke. Oh, was bist du denn hübsches? Ein Edelweiß. Die sind aber kleiner in Erinnerung. Mal gucken, was der für eine Aufgabe hat. Wie denn? Du hast doch gar nicht zu mir geschaut. Ich bin besorgt, wo doch so viele freie Männer durch die Hügel und Höhlen streifen. Sag, Kind. Habt ihr eine junge Frau in der Gegend gesehen? Sie ist recht hübsch. Mit roten Haaren. Einer Tätowierung wie der Meinen auf der Wange. Drei Tage sind schon vergangen. Nein. Wo ist sie? Meine neu gefundene Liebe. Ich habe doch sonst niemanden. Alle. Meine Frau, mein Sohn, meine Enkel. Alle wurden bei den Angriffen getötet. Mir bleibt nur noch Lyra. Sie und einige Freunde wollten nach einem besseren Lagerplatz suchen. Die Sonne und die Hitze sind nicht zu ertragen. Doch sie sind nicht zurückgekehrt. Ich sorge mich. Würdet ihr einem alten Mann diesen Eingefallen erweisen? Du siehst gar nicht so alt aus. Hilft ihr mir sie zu finden? Ich sehe älter aus. Na klar. Ich danke euch. Ich bin nicht reich. Nicht mehr. Doch was ich noch habe, gehört euch. Es bedeutet ohne meine Liebe nichts. Lyra wollte bei Oriators Gruft nach einem besseren Lager suchen, als es diese öde Klippe bietet. Ich würde auf dem Friedhof auf dem Hügel suchen, wo all die alten Kriegshelden begraben liegen. Ach du Scheiße. So, ich habe die Quest mal angenommen. Hier ist auch noch ein Schatz. Ich muss... Habe ich die jetzt angenommen? Ja, sieht so aus. Ich muss jetzt erstmal... Ich muss jetzt erstmal... Oh, guck mal da unten. Ich will da hin. Ich will da hin. Wie komme ich da hin? Komme ich hier irgendwo hin? Was ist? Ich komme hier nicht runter. Pieselt da einer? Pieselst du hier? Der hört auch gar nicht wieder. Oh. Oh. Wer bist du? Gibt XP. Ja, ich weiß. Ich bin kistensüchtig. Wenn man alle Putte macht. 19 Gold. Und ein Blümchen. Keine Reagenz hier. Geflunden vor allen Dingen. Ich will mal schauen. Vielleicht komme ich hier hinten runter. Schönes Wetter trotzdem. Diestel. Das wäre fatal, wenn ich jetzt hier runter springen würde. Ich glaube, ich muss ganz woanders lang. Wie komme ich denn in diese Schlucht? Da lang soll ich gehen? Da hinten hin. Ah, alles klar. Oder auch nicht. Wie kommen wir hier runter? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Ja, von hier. Sieg. Gäste. Oh, drei. Boah. Wie greift die? Was ist denn hier los? Was treibt sich hier für ein Gesindel rum? Und ich renne da auch noch voll rein. Hüpp weg. Hüpp weg. Hüpp weg. Hüpp weg. Oh. Guckt euch das mal an. Wie soll ich das denn schaffen? Lauf, 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 lauf. Was ist denn hier los? Jetzt reicht mir's. Ich drücke beide. Ordne, sag mal. Die sollten denn alle tot sein? War zwar jetzt vielleicht nicht so schlau, aber... Ist nunmehr... Ah, nicht zu ändern. Zu spät gesehen. Blöde Kuh. Hast du eben gegrunzt? So. Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Was haben wir denn hier? Was Feines irgendwie? Nö. Da muss ich genau hin, wo diese Dicken sind. Das war eine Kistenfalle, eine klassische. Übrigens. Hier ist noch einer. Die machen wir auch noch alle. Sonst fällt er uns in den Rücken. Ich hör doch was. Warte. Äh, halt. Ich hab mal ne Idee. Wisst ihr was? Dann brauch ich nicht an dauernd hin und her schalten. Ach so. Ich muss dann natürlich auch... Dann ist das ein bisschen unkomplizierter. Gold. Und gar nicht mal so wenig. Gut. Dann hämmern wir uns jetzt hier mal durch. Komm her. Ich bin der Hämmeroide. Au. So war das nicht geplant. Ich hau dir auf deinen Dickenwanst. So. Okay. So. Jetzt geht's mir besser. Hahaha. Alle erledigt. Und den Rest machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Und speichern.